Ich habe gehört, Sie haben ein paar interessante Projekte auf Lager im Babelsberg. Action! Das ist das einzige Konzept, was funktioniert. Sind Sie bereit? So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das ist das krasseste, was mir je passiert ist. Hast du eine gute Geschichte? Ich mache es auch für Umme. Tausch doch mal eben die Plätze. Ich glaube, das ist echt ein guter Dreh für die Geschichte. Ja, ich auch. Komm! Die Polizei bittet alle, die etwas zu dem Verschwinden der kleinen Peggy mitteilen können, um Unterstützung. 40 Jahre lang hatte Paul Schäfer über das Leben seiner Anhänger bestimmt. Er wollte überall den Fuß in der Tür haben und genau wissen, was gespielt wird. Das ist das Erzählei. Kann man ein Frühstücksei in einem Plastikbecher kochen? Ja, wie denn? Go! Das Wichtige ist doch, dass wir gesellschaftlich relevante Themen mit Super Heavy Drama verbinden. Das ist schon guter Scheiß. Cliffhanger, ne? So nennt ihr das. Cliffhanger. Ja! 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 Machen Sie weiter! Ich finde das geil! Und was mit deinen Gefühlen? Ja! Und was mit deinen Gefühlen? Was weiß ich? Kein Plan! Wie kotzt sie denn überhaupt in dieses Programm kommen? Verhaschst du mich? Dieser Fall beschäftigt mich jetzt mein halbes Berufsleben. Aber immer noch ist er nicht gelöst. Viele Klartext. Nackenschelle. Ja, genau! Nackenschelle? Nein! Das ist Kunst! Das ist groß! Das ist aus! Therapie beendet! Zett! Was ist die denn da? Was ist die denn da?